Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei knapp 43.000 US-Dollar. Wir haben unser Tief gestern noch einmal getestet, so wie wir es gestern im Video angesprochen haben. Haben es nicht durchbrochen, die Liquidität hier hat gereicht und wir sehen einen Aufwärtstrend. Liegt das möglicherweise auch daran, dass jetzt der Spot-ETF so gut wie durch ist? Schauen wir uns auf jeden Fall gleich nochmal genauer an. Außerdem wie jetzt der weitere Fahrplan auf jeden Fall ist und ob ich weiterhin Bitcoin kaufe. Weil kaum kaufe ich Bitcoin, steigen die Preise wieder. Vielleicht sollte ich das einfach mal fortführen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt, Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr natürlich kostenlos unten in der Videobeschreibung drin. So, jetzt gehen wir mal rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 43.000 US-Dollar knapp. Wir sehen hier diese Tiefs hier. Ich versuche mal hier gerade das FIP-Level ein bisschen zu verschieben oder wegzumachen. Dieses Tief hier drüben, wo noch einigermaßen Liquidität geboten hat, das wurde gestern nochmal leicht unterschritten. Den WIG haben wir gesehen und daraufhin hat eine Aufwärtsbewegung nach oben hin erst einmal eingesetzt. Wichtig war jetzt auch, dass wir eben hier auch das Golden Pocket und ihr seht hier schon grob den Fahrplan, oder zumindest der Fahrplan, der rein sollte, dass wir hier durch dieses Golden Pocket brechen, durch diesen Abwärtstrend, der jetzt auch erst einmal durchbrochen wurde und dann auch dieses Golden Pocket hier möglicherweise noch einmal bestätigen. Das heißt, ein Rücksetzer bis 42.200 US-Dollar wäre nicht verkehrt, um dann den Trend nach oben hin vorzusetzen. Ich habe es gestern schon dazu gesagt, eine Korrektur muss nicht mit einem riesen Dump erfolgen. Sie kann auch seitlich verlaufen. Jetzt haben wir eben schon mal die ersten Steps gemacht. Wir sind aus diesem Downtrend, also aus diesem vorläufigen Downtrend, erst einmal ausgebrochen. Wir haben dieses T4 rausgenommen, wir haben das Golden Pocket nach oben hin rausgenommen. Also momentan macht es den Anschein, als ob wir hier langsam aber sicher die Korrektur beenden. Gleichzeitig haben wir hier noch so einen kleinen doppelten Boden hier erst einmal gebildet. Natürlich nach so einer Seitwärtsphase und keinem richtigen Dump wäre ich damit etwas vorsichtig, aber man kann es zumindest mal kurzzeitig einzeichnen. Heißt nicht, dass wir nicht noch immer in den nächsten drei inklusive heute vier Tagen noch einen Dump sehen könnten. Zumindest in die Region zwischen 40 und 37.500 US-Dollar. Ich gehe nicht mehr davon aus, dass wir hier runterfallen in Richtung 33.500 US-Dollar. Für mich verschiebt sich, umso länger wir uns jetzt oben hier in dieser Range hier befinden, umso länger wir uns da oben befinden, desto weniger glaube ich an die 33.500 US-Dollar. Deswegen habe ich auch gestern wieder angefangen Bitcoin zu kaufen. Wahrscheinlich ist auch gestern deswegen der Kurs so gestiegen. Ne, Spaß. Aber ich habe es gestern hier Abend nochmal reingeschrieben, kaum kaufe ich wieder BTC, steigen wir auf jeden Fall. Und was natürlich gestern auch noch kam, ist das hier. Bitwise hat einen Werbespot für einen Bitcoin-ETF-Produkt rausgebracht gestern. Was natürlich dann auch dazu geführt hat, okay, das Ding ist so gut wie durch. Der ETF wird kommen. Die Frage ist nur, wann. Sehen wir ihn vielleicht doch noch dieses Jahr? Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber so, ich rechne mal so mit der zweiten Januar-Woche circa, dass dann diese Zulassung kommt und wir dann möglicherweise nochmal einen finalen richtigen Upside-Move nach oben hin bekommen. Liquidität, wenn wir jetzt mal gerade darüber sprechen, liegt nach oben hin genug. Ich glaube, wer hat es denn gestern gepostet? Hier sehen wir es. Land hat es gestern in die Gruppe gepostet. Wir sehen hier eine Menge zwischen 44 und ich sage jetzt mal, knapp 46k liegt hier noch am meisten Liquidität rum. Das heißt, der Markt sucht sich momentan eher die Liquidität. Deswegen 42,2 wäre so das kurzfristige Zeitraffer, wo ich mir vorstellen kann, dass wir hier nochmal eben eine kleinere Korrektur sehen. Bis maximal, sage ich jetzt mal, 41.600 wegen dem kleinen Golden Pocket. Das muss er aber jetzt nicht mehr unbedingt machen und danach gib ihm jetzt erstmal weiterhin nach oben. Zumindest mal diese Hochs hier oben eben bei 44.700 US-Dollar mal anzugreifen. Ansonsten, news-technisch haben wir ja gesagt, steht diese Woche nichts an. Das heißt, der Markt kann sich regenerieren, kann weiter nach oben steigen, worauf wir nicht wirklich viel achten müssen. Wir haben den Nasdaq mit einem neuen All-Time-High. Wir haben den S&P 500, glaube ich, fast mit einem neuen All-Time-High. Dow Jones sowieso. Das Einzige, was korrigiert momentan, ist ein bisschen der DAX, also auch von den USA kommen positive Vorzeichen, was den Markt noch deutlich nach oben drücken könnte. Wie gehe ich jetzt weiter? Die erste Long-Position, gestern bei mir jetzt erstmal getriggert, hier unten bei 40.700 US-Dollar, da haben wir gestern ja noch drüber gesprochen. Ich werde diese Position, sollten wir, weiter tiefer fallen. Das heißt, in Richtung 39,8 bis ca. 37,5 werde ich die Position nochmal ein bisschen weiter aufstocken. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Plan. Das wird eine längerfristige Position werden. Ansonsten warte ich jetzt einfach. Die DCA-Käufe tagtäglich finden weiter statt, das erste Mal. Ich werde, sobald wir wirklich nochmal Dump sehen sollten, die Position vergrößern. Ansonsten gilt es jetzt erst einmal abzuwarten. Ändern können wir derzeit eh nichts. Ich möchte jetzt auch kein übermäßiges Risiko jetzt mehr gehen im Laufe jetzt dieser Weihnachtswoche. Deswegen alles gut. Das Einzige, was man hier vielleicht noch negativ ankreiden muss, kurzfristig ist, dass wir diesen Bereich hier oben noch nicht mit einem Stunden-Close durchbrochen haben. Das heißt, wir könnten eben, wie wir eben gerade nochmal auf den kleineren Timeframes angesprochen haben, diesen kleinen Rücksetzer sehen, neue Liquidität sammeln und dann erst diesen Durchbruch schaffen. Das ist so dieses kleine Wermutströpfchen. Aber wie gesagt, das hat man ja auch gerade. Dieser kleine doppelte Boden könnte dann hier erst recht nochmal zustande kommen. Gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare reinschreiben. Was ihr dazu haltet, sagt ihr, okay, nee, Bitcoin-Korrektur ist vorbei, Bitcoin-Korrektur seitwärts verlaufen. RSI-mäßig, habe ich mir gestern auch mal ein bisschen angeguckt, muss man sagen, wir haben schon noch ein bisschen Luft nach unten. Also übermütig dürfen wir jetzt auch nicht werden. Luft nach unten ist auf jeden Fall noch da. Wir haben einen RSI von knapp 57 oder ist sogar ein bisschen höher, 60 mittlerweile wieder. Also lassen wir mal die Kirche im Dorf und erst nochmal noch ein bisschen abwarten. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Wir haben gestern unseren WIC gefüllt. Das war ja der Plan gestern, dieser WIC, dass dieser gefüllt werden sollte. Ethereum hat uns diesen Wunsch erfüllt. Seitdem geht es jetzt auch erstmal nach oben, aber meiner Meinung nach nicht so stark wie bei Bitcoin derzeit. Aber auf jeden Fall diese Chance, ich weiß nicht, wer sie genutzt hat, auf jeden Fall minimales Tief geholt, Liquidität genutzt. Aber, und das ist das große Aber, der große Unterschied, den wir jetzt gerade so ein bisschen bei Bitcoin haben. Oder was heißt der große Unterschied? Wir haben jeweils diese WICs hier unten mit sehr, sehr viel Volumen gebildet. Das seht ihr hier auch bei Ethereum. Vergleicht mal diesen WIC, der deutliche Candle nach unten hin gebracht hat. Und vergleicht mal diesen WIC mit dieser Volumen candle. Macht mich etwas stutzig, bin ich ehrlich. Weshalb ich immer noch nicht zu 100% überzeugt bin, dass es das jetzt schon war. Trotzdem, wer hier rein ist, nehmt einfach Profite raus und Stop-Loss Entry. Und gut ist es jetzt derzeit mal. Auch hier das gleiche Spiel, muss man auch fairerweise sagen, noch kein höheres Hoch hier gebildet. Also wir kämpfen hier derzeit noch so ein bisschen mit diesem letzten Hoch. Ein WIC drüber hat man schon, aber ein Close drüber noch nicht. Das heißt, auch hier ist die Korrektur nicht zu 100% derzeit abgeschlossen. Ist alles noch ein bisschen schwammig hier. Montag auch gerne False Move. Das heißt, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag jetzt. Es wird, glaube ich, nochmal eine spannende Woche. Nutzt jede Korrektur zum Einkaufen. Der ETF wird kommen, safe. Die Frage ist nur, wann. Und dann werden wir wahrscheinlich solche Kurse vorübergehend erst einmal nicht mehr sehen. Wie das langfristig ist, kann keiner wirklich seriös beantworten. Aber kurzfristig, mittelfristig werden wir wahrscheinlich dann solche Kurse nicht mehr sehen. Ansonsten gibt es derzeit eigentlich nicht wirklich viel mehr zu sagen. Wie gesagt, DAX Short läuft noch minimal im Plus derzeit. Den werden wir noch ein bisschen beobachten, so im Laufe der Woche, wie wir da weiter vorgehen. Ihr seht schon, das sind so grob meine Preisziele für diese Woche beim DAX. Und ansonsten, ja, gehe ich von der Korrektur aus bei den Stocks, bei Bitcoin, Ethereum etc. Beim Kryptomarkt müssen wir jetzt erst einmal noch ein bisschen schauen, wie es weitergeht. So, dann war es das von meiner Seite. Altcoins gibt es, wie gesagt, momentan eigentlich kaum was, wo ich sagen würde, ey, da müssen wir unbedingt noch rein. Das Einzige, was es sind, sind die ganzen BRC20-Coins wie Satz, Nulls und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Die werde ich mir langsam noch zulegen. Da werde ich vielleicht nochmal ein extra Video zu machen. Und ansonsten, war es das von meiner Seite. Bitte, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und gerne einen Kommentar unten für den Algorithmus da lassen, was ihr von dieser Bewegung derzeit haltet. Das war es von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen, erfolgreichen Tag. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.